Der Missbrauchsskandal hat in vielen Ländern die katholische Kirche erschüttert. Für die Niederlande hat eine Untersuchungskommission jetzt Zahlen über Opfer und Täter vorgelegt. Zehntausende von Kindern und Jugendlichen seien in den vergangenen 60 Jahren in katholischen Einrichtungen missbraucht worden, heißt es in dem heute vorgelegten Bericht. Die Kirche habe das Problem gekannt, aber geschwiegen. Dieser Bericht ist das Ergebnis monatelanger Arbeit. Er beschreibt akribisch ein dunkles Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche in den Niederlanden. Rund 800 Missbrauchstäter hat die Kommission identifiziert, mehr als 100 seien noch am Leben. Vielfach habe es eine Kultur des Schweigens gegeben. Also, dass man nicht wusste, dass es da Gefahren und Risiken gab und dass die Oberen davon nichts wussten, das lässt sich so nicht halten. In vielen Fällen hätten kirchliche Autoritäten versagt und nicht angemessen gehandelt, so der Bericht. Opferverbände fordern jetzt Anerkennung und Entschädigung. Sie hatten anfangs Zweifel angemeldet, weil die Kommission von der Kirche beauftragt worden war. Das Endresultat zeigt uns, die Kommission hat hervorragende Arbeit geleistet und hat sich nicht von der katholischen Kirche dem Auftraggeber beeinflussen lassen. Die katholische Kirche gab sich schockiert. Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs erfülle die Verantwortlichen mit Scham und Trauer. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und wir bieten ihnen unsere Entschuldigung an. Die Empfehlungen des Berichtes will die Kirche vollständig umsetzen. Man sei zur Zahlung von Entschädigungen bereit und wolle in Zukunft jeden Verdachtsfall den Behörden melden. Anerkennung des Berichtes